Ich bin Max. Ich habe mitgeholfen, diese Konferenz zu organisieren. Wir wollen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem neuen Rassismus. Wir wollen dazu aktiv werden und das ist die Idee. Mein Name ist Corinna Koske. Ich arbeite seit einem Jahr beim Bayerischen Flüchtlingsrat und teile hier einen Workshop. Im Workshop geht es darum, mal zu gucken, dass diese ganzen Kämpfe, die Leute eh schon über viele Jahre führen, für mehr preiswerten Wohnraum, für Schulen, die besser ausgestattet sind, ob wir diese Kämpfe stärker gemeinsam führen können. Darüber stellen wir uns eben auch in dem Workshop die Frage, wie Handlungsmöglichkeiten und Handlungsperspektiven für Ehrenamtliche, für Aktivistinnen aussehen können. Was ich jetzt grundsätzlich vor allem bedenklich finde, ist die Grundhaltung, mit der die Politik Flüchtlinge begegnet. Ich bin Max.